Ich glaube nicht, ne? Fulchi nimmt mich eher auf dem Stock auf, dann muss er die Haustür nicht auf. Oh, ja! Ich habe Sachen in Stufe 5 erreicht, na endlich! Ich habe Level 1 Combat erreicht. Yay! Plus 5 HP. Plus 5 HP und New Crafting Recipe. Study Ring. Yay! Da ich jetzt Level 5 erreicht habe, kann ich entweder überlegen, ob ich Thorster nehme oder Sammler. Level 3 Mining. Grundsätzlich immer. Level 3 Mining habe ich jetzt. Plus 1 Pickaxe Professioncy. New Cooking Recipe. Miner Street. 329, wow! Kann man denn kochen? Das ist erst, wenn wir später dann ein größeres Haus haben, weil die nächste Vergrößerung gibt es inklusive Küche. Ich kann nämlich dann... Rezepte kochen. Ne, ich kann dann nämlich Miner Street machen. Wir können dann Pizza und so weiter kochen. Da musst du sie wieder kaufen. Ja, es geht nicht mehr Baroni! Probescheidere geht immer noch mit mir. Probescheidere geht immer noch mit mir... Probescheidere geht immer noch mit mir... So, ihr beide bleibt hier, ihr gießgörfelligst mit. äh, darf ich erstmal ein Wetter aussortieren? Danke. Nein, ich meine, bevor ihr dann zur Mine geht oder so. Erst wird dann gegossen. Erst mach ich das Fischding. Das kannst du gerne machen, danach wird auch mal gegossen. Und ich hab für dich noch 5 Kohle, ne? Naja, im Grunde genommen brauchen wir keine Kohle, manchmal machen wir uns selbst. Können wir verkaufen. Jo. Wie machst du denn die Kohle selber? Holz? Ach, Holz-Kohle, ne? Du nimmst 10 Holz, packst es in den Kohlebrennenofen und dann hast du einmal Kohle. Ist jetzt aber auch nicht wirklich profitabel. Na und? Holz hast du unendlich. Gut, okay, Kohle in dem Sinne eigentlich auch. Du musst so Glück haben, muss zu finden. Du musst halt einfach nur die Mine gehen. Und alles mit dem, was du nimmst. Ja, ne? Das ist genau bei dieser... 100% hast du da ein paar Kohle mit bei. Das ist genau bei dir springt. Punkt, einfach nur die Mine gehen. Ja. Wobei, ich mach meine Kieskanne noch leer, die ist schon wieder fast. Wir brauchen echt die Sprenkler. Ich versuch mal Eisen ranzukriegen, ey. Wer von euch nimmt dieses Peperoni mit zum Gemeindehaus? Moment. Ja, nur die Peperoni. Wer nimmt die mit zum Weisenhaus? Wer nimmt die mit zum Weisenhaus? Hier, Kinder, wollt ihr essen? Wer nimmt die Peperoni mit ins Gemeindehaus? Luftholen. Atmen, Roleplayer. Atmen. Ja, atmen. Das bleibt mal ne Gemeindetour, wo ihr einfach alles reinschmeißt und dann braucht ihr euch um die Sozierungen nicht mehr zu kümmern. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Komm, gib sie mir. Ich stehe schon voll dir. Gehört ins Gemeindehaus, links unten. Ich werde schon finden. Hier? Links unten der Raum, das gelbe Päckchen. Hier? Yay, Stein. Ich will nicht wissen, wie viele Abkürzungen es hier gibt. Ich will nicht wissen, wie viele Abkürzungen es hier gibt. Hochkürze, ich bin komplett falsch gelaufen. Ich bin komplett falsch gelaufen. Gottes, Lachs, Katzen, Fisch durften wir auch haben, ne haben wir nicht, das ist ein Heilbutt. Lilly, ich brauche dich dann wieder zum Angeln. Ich bin vorbei gelaufen. Was mache ich gerade? Ach, ich dachte du bist in der Mine. Unten links, ne? Ja. In dem ersten Raum, wo wir drin waren? Genau. Tonfisch. Du hast nen Tonfisch, oh wie geil, den brauchen wir. Hä, hier ist das nicht. Da müsste der Raum da drüber sein. Da ist nur Cave Carrot und so weiter. Nein, die müsste unten links der Raum sein mit dem gelben Päckchen. Donate Hot Paper to a Bundle. Gut. Danke. Alter. Bitte, bitte. Fisch. Blöb. Fisch. Ich hab wieder Hunger. Also im echt. Fisch. Dann hab du halt wieder Hunger. Kann ich auch mal so nennen. Mache ich Mühe durch irgendein Brot wieder. Und Barsch. Warte, darf ich ja nicht, sonst wird sich ja wieder beschwert. Du kannst schon, du solltest halt nur leise essen. Wenn's Stufe 10 geh ich noch nicht rein, erst wenn irgendwelche besseren Schwerter und so weiter zur Verfügung stehen. Das ist echt Selbstmord sonst da unten rein zu laufen. Mach doch einfach von der ersten Etage weiter. Also fang von der ersten Etage neu an und dann gehst du halt einfach so durch. Ich müsste mit dem Boden quaffen und die alle abschlachten. Nicht solche bösen Brotter. Das ganze Let's Play ist auch eh schon ein WSK 80 geflaggt, von daher. Na und? Sollte ich mir mal Fackel machen? Tu das. Ich hab eine. Das wissen wir. Deswegen ist ja Roleplayer überhaupt auf die Idee gekommen, einzig eine Fackel zu machen. Oh. Oh, die soll husten, ne? Ich nehme mir jetzt einen Hustenbonbon. Oh. Oh, die sieht aus. Oh. Oh, die ist gut. Oh. 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 Oh, das ist nicht drin. Wee! Miii! Muuu! 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 Oh, kein Platz mehr. Ein Geode. Nee. Wir sind die Ordnungsmenschen. Ich mach jetzt erst noch mal die Kupferbarren hier. Iiii! Muuu! 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 Muu! Lil, ich brauch nen Sandfisch. habe ich gehört nicht weiß ich es ging mir jetzt eigentlich darum dass du eventuell so lieb wäre es zum strand zu gehen und dort ist ein glückversuch wo bin ich denn ach ich das bisher an den seelen so stelle ich denn jetzt diese gemeindetruhe für euch beide hin neben meinem kasten topaz haben wir schon aber die könnten auch nützlich sein die werden 100 pro nützlich sein machen wir einfach so ich werde diesen diese truhe hier benutzen die neben meinem briefkasten werde es so machen eure sachen werde ich einsortieren und nebenbei werde ich die sachen in diese truhe rein sortieren die jedoch bitte am nächsten tag wenn ihr in die mene geht oder zum strand oder sonst wohin mitnimmt und bitte im gemeindehaus einmal in die bütte packt wie wäre das der braucht ihr jeden tag einmal kurz reinzuschauen ob da drin passiert kekse im müll ja lecker meins so ich komme jetzt auch wieder zurück was habe ich rausgeholt 68 stein 13 körper zwei geholt und ein bisschen kohle drei stück was kriegst du war ich denn momentan gute ausbeute sehr gute ausbeute keks das liegt auch an den main level denke ich mal weil da steigt ja bestimmt einiges ist ja groß bis mit meiner frise wie so ein minenarbeiter hinten macht der helm noch mal die truhen bitte rechtsklick nicht linksklick und außerdem steht hier deine truhe noch mal ich habe alles ich habe nur ärzte gehabt gut ok dann ist das da oben in ordnung ich muss mir nur fressen mit nachgeschaffen essen bitte mimi wir sind auf youtube und ich auf reinheitstyp ja eben wir sind auf youtube wain wir sind auf meinem youtube kanal ja noch können wir party machen ja ja hast du was besonderes oder besonderes für mich nein ach so du möchtest nicht nur leuchten oh player was ist denn nix es fehlt was und was alles in ordnung wir schlafen jetzt mit dem kamin im bett wir schlafen jetzt mit dem kamin im bett wir sind jetzt mit dem kamin im bett wir sind